Schönen guten Abend, mein Name ist Professor Katharina Zweig, ich komme von der TU Kaiserslautern und ich bin aus Versehen Informatikerin geworden, denn ich war eigentlich mal Biochemikerin, da ging das ganz anders zu und dann durfte ich nebenbei noch Informatik studieren und habe mich gleichwohl gefühlt, weil wir Informatiker so divers sind und so freundlich sind und das freut mich immer wieder. Ich fand alleine schon den Webauftritt der Bundesdatenschau so cool, dass ich mich sehr freue, heute hier den ersten Vortrag geben zu dürfen. Ich will euch Daten mitbringen aus ganz eigennützigen Gründen, denn wir haben, ach das seht ihr wieder nicht, warum auch? Denn wir haben im Moment von Hunderten von Bundesbürgern, kriegen wir jeden Tag 100.000 Links zu 16 Abfragen und die müssen analysiert werden, wir wollen rauskriegen, was da los ist und wenn ihr Lust und Zeit habt, uns dazu helfen, wäre das großartig. Aber ich erzähle euch erstmal so ein bisschen die Geschichte drumherum, warum wir das Projekt gestartet haben. Das Projekt heißt Datenspende Bundestagswahl, ist ein Projekt von uns, von Algorithm Watch und wird von den Landesmedienanstalten gefördert. Ja, die Unterschrift ist, ließ ein Algorithmus Trump triumphieren und ihr erinnert euch sicherlich noch an die gute alte Zeit vor einem Jahr, als das Rennen noch offen war. Und im Zuge dieses Wahlkampfes gab es immer wieder so Schlagzeilen, wo ich als Informatiker hellrührig wurde. Sowas wie Google manipuliert für Hillary. Die Verdächtigungen waren, also SourceFed hat zum Beispiel behauptet, dass negative Suchvervollständigungen bei Anfragen mit Mrs. Clinton von Google unterdrückt würden. Drei Kollegen, Trielli et al. hatten eine Studie rausgegeben, dass Google mehr positive Suchergebnisse für demokratische Kandidaten zeigt, als für Republikaner. Und der Psychologe Prof. Dr. Epstein sah massive Manipulationen bei Google und behauptet bis heute, dass Google bis zu 20% der unentschlossenen Wähler manipulieren könnte in eine beliebige Richtung. Liebes Google, wenn du manipuliert hast, ist irgendwas schiefgegangen. Ne? Haben wir nicht hingekriegt. Und plötzlich drehte sich das Bild. Na, wenn es Google nicht war, dann war es natürlich Facebook. Facebook würde also mit seinen Filterblasen und den Echokammern, die ja algorithmisch erzeugt werden. Erkläre ich gleich nochmal, wie das genau funktioniert. Diese Blasen erzeugen, in denen die Leute leben und sich dann für Trump begeistern ließen. Also, die Idee der algorithmisch erzeugten Filterblasen. Ich meine, ich sehe, dass ihr das wahrscheinlich alles wisst. Für die Leute im Stream mache ich nochmal das ganz kurze Basisprogramm und fange an beim kleinen ABC der Informatik. Die Frage ist also, ob Algorithmen, Big Data und Computerintelligenz unsere Demokratie gefährden. So, ich mache das so kurz wie möglich, schmerzlos. A wie Algorithmus ist eigentlich nur eine genaue Handlungsanweisung, die ein allgemeines Problem löst. Ein Algorithmus ist damit eine für jede erfahrene Programmiererin ausreichend detaillierte und systematische Handlungsanweisung oder Lösungsvorschrift, sodass bei korrekter Implementierung der Computer für jede korrekte Inputmenge den korrekten Output berechnet in endlicher Zeit. Muss ich das übersetzen? Ich glaube nicht für dieses Publikum. Das darf so bleiben. Eine Implementierung ist dann nur noch die Übersetzung der für den Menschen verständlichen Handlungsanweisungen in eine Programmiersprache für die Leute im Stream. Das grundsätzliche Problem wäre, wie komme ich von A nach B und der Algorithmus ist das, der uns ausrechnet, welche Abfahrt wir wann nehmen müssen. Die Briefmarke zeigt den arabischen Mathematiker mit dem Namen Al-Qwarizmi, der der Namensgeber des Algorithmus ist. Das lässt sich schwer merken. Ich werde auch immer wieder gerne gefragt, ob ich nicht mal einen Vortrag über die Ethik der Logarithmen geben kann. Diese Vorträge werden sehr kurz. B wie Big Data und C wie Computerintelligenz. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie die Welt da draußen ist. Ich gebe im Moment wahnsinnig viele Interviews und gerne sagt der Moderator dann, können Sie unseren Lesern nochmal eben oder unseren Hörern nochmal eben erklären, dass wir bei Google alle unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Also die Welt da draußen, wir denken immer, jeder weiß das. Wir denken immer, jeder weiß, dass Google Daten einsammelt, dass diese Daten algorithmisch verändert werden, dass dann Schlüsse gezogen werden. Das ist beileibe nicht so. Deswegen machen wir auch hier nochmal eben die Basis. Also Big Data, für mich heute einfach nur sehr große Mengen an Daten, oft aus unterschiedlichen Quellen und unstrukturiert. Computerintelligenz, ganz simpel, Algorithmen des maschinellen Lernens. Denn viele Leute fragen sich, woher weiß denn Amazon, was ich lesen will, Google, was ich wissen will, Facebook, was mich unterhält, Twitter, was mich aufregt, Instagram, was mich freut und Pinterest, was ich basteln will. Und da draußen ist die Frage oft nicht so klar, ob Computer überhaupt lernen können. Der Begriff des Lernens, dass wir den okkupieren und nicht mehr Pädagogen sagen dürfen, was lernen heißt, das geht ja gar nicht. Und ich versuche das so zu erklären und auch so einzuschränken. Was heißt lernen? Für mich heute hier einfach nur in derselben Situation ein vorher gezeigtes Verhalten wiederholen oder in derselben Art von Situation das richtige Verhalten aus einer Reihe von Möglichkeiten auswählen. Also mit diesem beschränkten Lernenbegriff kommen die meisten dann klar. Und dann erzähle ich normalerweise eine Story von meinem zweieinhalbjährigen Sebastian, der versucht zu lernen, was heiß ist. Und ihr kennt das auch. Am Anfang essen die Kinder alles und es ist heiß und dann tun sie sich weh und dann haben sie so eine Zeit lang, wo sie gar nichts mehr essen, weil sie denken, es ist alles heiß in der Welt. Und dann pendeln sie sich ein und lernen das. Also Kinder lernen durch Rückkopplung, durch Speicherung des Gelernten in einer Struktur, in Neuronen und deren Verknüpfung und durch sehr viele Erlebnisse, denn der ist jetzt wie gesagt so drei und der hat es immer noch nicht so ganz raus, wann jetzt wirklich was heiß ist. Insgesamt funktionieren Kinder besser, wenn sie das Gelernte generalisieren können. Wenn wir jetzt immer nur lernen würden, in genau dieser Situation so, ist es heiß, ist es kalt, ist der jetzt ärgerlich und der freut sich, das wäre nicht gut, sondern unsere Gehirne versuchen möglichst generelle Regeln zu lernen. Weder zu überlernen noch zu stark zu generalisieren. Naja und das haben wir auf Computer übertragen und das heißt, damit ein Computer wirklich lernen kann, benötigt er ebenfalls eine Struktur, um Gelerntes abzuspeichern, optimal auch eine Rückkopplung und auch er versucht generelle Regeln zu lernen. Da gibt es ziemlich viele Strukturen, in die man das ablegen kann. Man kann Datenpunkte einfach clustern, man kann Formeln entwickeln, man kann Entscheidungsbäume aufbauen oder neuronale Netze. Computerintelligenz ist also das folgende sehr generelle Problem. Gegeben eine Menge von bekannten Daten finde Muster, die auf neuen Daten vorhersagen, wie sich etwas oder jemand verhalten wird. Der Algorithmus baut dann basierend auf diesen Daten eine Zwischenstruktur auf und die nutzen wir für unsere Vorhersagen für neue Daten. Wir sprechen von einem Training auf den Daten. Das heißt, zusammenfassend haben wir Algorithmus. Da ist eigentlich der Algorithmus jetzt. Alte Daten mit beobachtetem Verhalten. Hier ist die Zwischenstruktur. Hier sind neue Daten und dann können wir Vorhersagen. Und ihr seht natürlich diese ganzen Debatten, die in den Tageszeitungen im Moment geführt werden. Und es sind echt viele. Um den Begriff Algorithmus. Die meinen meistens das gesamte Ding. Die meinen meistens eigentlich dieses Ding, das Modell, das dann gelernt wurde. Der Algorithmus selber ist meistens ziemlich uninteressant, wenn man mal ehrlich ist. Das Gesamtsystem kann aber tatsächlich ziemlich interessante Dinge haben. Es kann zum Beispiel diskriminieren. Oder es kann falsche Vorhersagen machen. Und dann müssen wir uns als Gesellschaft darüber unterhalten. Vor allen Dingen können aber diese Dinge, und das ist ja eigentlich sehr viel mehr als der reine Algorithmus, eben vielleicht Filterblasen erzeugen. Und das war Eli Parisas Idee 2011. Da ist er damit an die Öffentlichkeit gegangen mit einem Buch. Und das ist irgendwie sehr hängen geblieben und wird im Moment viel diskutiert. Also wie hat er sich das vorgestellt? Er bemerkte in seinem persönlichen Umfeld, dass wenn zwei seiner Freunde das Wort Ägypten eingaben bei Google, dass der eine Turi-Hinweise bekam. Hier musst du mal gewesen sein. Hier ist es schön. Hier kann man schnorcheln. Und der andere bekam nur Nachrichten über Ägypten, das damals gerade in verschiedenen Aufrühren war, schon fast im arabischen Frühling noch nicht ganz. Und er hat sich gefragt, wie kann das sein? Und er hat sich das so erklärt, dass die Algorithmen aus Big Data ein Profil von uns erstellen. Und Big Data heißt hier große Mengen an Daten unstrukturiert aus verschiedenen Quellen. Zum Beispiel die Suchbegriffe, die wir eingeben, mit wem wir uns befreunden, das Klicken auf Inhalten, das Interagieren mit Inhalten, das Erstellen von Inhalten. Und die Algorithmen kategorisieren uns. Sie kennen natürlich auch das Profil von Inhalten. Sie wissen jetzt also, von wem wurde dieser Inhalt erstellt, wie alt ist der, hat er jetzt eher was Touristisches oder eben etwas Politisches. Sie wissen auch, was andere mit unserem Profil mögen. Und sie können dann also durch Personalisierung uns Inhalte zugänglich machen, die wir selber noch nicht angeklickt haben, von denen der Algorithmus aber denkt, dass wir sie mögen. Und er meinte, dass diese Algorithmen damit die Chance haben, uns in Filterblasen gefangen zu halten. Und ich finde, dass das Bild das ganz gut veranschaulicht, denn die Filterblasen haben vielleicht eine gemeinsame Grenzschicht, sind ansonsten aber inhaltlich voneinander getrennt sein. Und das könnte gesellschaftlich gefährlich sein, wenn wir Diskurse eben nicht mehr miteinander führen, sondern es ganze Bevölkerungsgruppen gibt, die nur noch mit sich sprechen. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass das auf Facebook so ist. Es gibt einen tollen süddeutsche Zeitungsartikel von einem Journalisten, der sich ein Fake-Facebook-Profil aufgebaut hat mit dem Namen Tim. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist die AfD zu liken. Und danach hat er geguckt, was so in seiner Timeline passiert. Und er beschreibt in seinem Artikel, wie sehr ihn das als Mensch beeinflusst hat. Er steht der AfD sonst nicht nah. Aber er hat gesagt, die ganze Zeit in so einem Stream zu sein, der mir erzählt, dass Flüchtlinge andauernd Leute aufgreifen auf der Straße und verprügeln. Das hätte auch was mit ihm gemacht. Und in seinem normalen Leben mit seiner normalen Person hätte er angefangen, die Straßenseite zu wechseln. Also es könnte tatsächlich sein, dass solche Filterblasen etwas mit uns machen. Wenn Rechte nur noch Rechtes sehen und Linke nur noch Linkes, dann haben wir im Extrem eben keinen gesellschaftlichen Diskurs mehr. Deswegen also die Frage, ließ ein Algorithmus Trump triumphieren? Und dazu möchte ich euch erstmal ein bisschen einen Faktencheck geben. Als Wissenschaftlerin kann ich nicht anders. Und dann komme ich auf unser Datenspendeprojekt zu sprechen. Ein kleiner Disclaimer. Ich finde es wichtig zu sagen, dass weder ich selbst noch meine Forschungsgruppe noch Algorithm Watch in irgendeiner Form von diesen Firmen finanziell unterstützt wird oder es sonst da irgendwas gibt. Wir versuchen als Algorithm Watch einfach mal Fakten herzustellen. Wir finden, dass es entweder diese Superkritiker gibt, die sagen, geht dieses Internet vielleicht doch nochmal irgendwann weg? Wahrscheinlich nicht. Sieht schlecht aus. Und den Superenthusiasten, die denken, dass Computer und Algorithmen die Welt besser steuern könnten als wir Menschen. Und für mich und sicherlich auch für euch liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und diese Mitte, die müssen wir jetzt finden. Denn sonst haben wir ganz schnell eins der beiden Extreme. Und wahrscheinlich ist es das Extrem mit den Algorithmen, die versuchen, alles ganz objektiv zu machen. Aber jetzt erstmal zum Faktencheck. Ihr erinnert euch, es wurde Google vorgeworfen, dass die Suchvervollständigungen bei Frau Clinton niemals etwas Negatives sagen. Im Vergleich zu anderen Suchmaschinen, Bing und Yahoo, sei es sehr schwierig, negative Suchvervollständigungen zu bekommen. Sie war noch in einem Gerichtsverfahren, während sie kandidiert hat. Und wenn man angefangen hat, Clinton in IN einzugeben, dann hätte, wäre bei anderen Suchmaschinen Indictment, also Anklage oder Gerichtsverfahren gekommen. Und bei Google kommt dann India. Und das macht tatsächlich wenig Sinn. Der Witz ist aber, das macht ja nichts, wenn Google das sowohl für Clinton als auch für Trump tut. Es ist natürlich komisch, wenn jetzt bei Clinton negative Suchvervollständigungen unterdrückt werden, die bei Trump kommen. Dafür gab es aber eigentlich keine Anzeichen. Und wenn dann nur so bei ganz wilden, kleinen Suchanfragen. Was da also nicht erkennbar ist, ist eine einseitige Verzerrung. Und naja, wer ist schuld daran, dass Google keine negativen Suchvervollständigungen mehr macht? Wir Europäer. Denn bei uns gab es Gerichtsverfahren zur Schutz der Personen, die versucht haben, Persönlichkeitsrechte durchzusetzen, unter anderem im Fall Wulff, an den ihr euch vielleicht noch erinnert, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist. Und in Europa wird das eben nicht gemacht. Ich nehme an, dass Google das international umgesetzt hat. Und deswegen gibt es keine negativen Suchvervollständigungen. Aber es gibt eigentlich keine Anzeichen dafür, dass das irgendwie einseitig war. Was man übrigens immer noch kriegt, ich weiß nicht, ob das heute auch funktioniert, ist, Clinton ist ein Reptil. Wer kennt die Verschwörungstheorie dahinter? Reptiloide haben die Welt übernommen und Politiker tragen nur Masken. Wenn ihr Spaß haben wollt, zehn Minuten Reptiloiden-Theorie nachgucken. Aber nicht jetzt. Später. Der Faktencheck Google 2. Trielli und Kollegen hatten für alle Präsidentschaftskandidaten, als es noch 16 Stück waren, die per Namen gegoogelt und haben dann mit Mechanical Turk bewerten lassen, ob die Sucheinträge, die sie da gefunden haben, eher positiv über den Kandidaten sprechen oder negativ. Und haben herausgefunden, dass die Demokraten im Durchschnitt sieben positive Einträge haben und die Republikaner nur 5,9. Das wäre schon interessant. Klingt ein bisschen nach Einseitigkeit. Es beruht erstens aber auf der normalen Google-Suche und nicht auf den Nachrichten. Und zweitens würde man da also hauptsächlich selbst kuratierte Seiten erwarten. Wenn ich Frau Merkel google, dann möchte ich ihre eigene Webseite haben, dann möchte ich ihre Bundestagswebseite sehen. Und natürlich spricht die gut über Frau Merkel. Das ist also eher eine Frage des Search Engine Optimizations, ob man das gut hinkriegt oder nicht. Bedenklich ist, dass es aus statistischer Sicht nur drei Demokraten gab und 13 republikanische Kandidaten. Eine Statistik über drei Leute. Naja, und Bernie Sanders hat es halt wirklich sehr gut hingekriegt. Der hatte neun Social Media Accounts unter den ersten zehn Suchergebnissen. Wenn man den rausnimmt, dann steht es 6 zu 5,9. Naja, das war aber der Anfang für unser Datenspendeprojekt, weil wir uns gedacht haben, die haben nur einmal gegoogelt. Das machen wir öfter und deswegen haben wir ein kleines Plug-in entwickelt, das seit sechs Wochen für alle, die mitmachen, jeweils nach allen wichtigen Spitzenpolitikern googelt und nach allen Parteien und diese Daten direkt an uns spendet. Und wir spenden sie direkt an euch weiter und dazu erzähle ich euch gleich was. Hast du eine Frage? Ja, also soweit ich die Frage verstanden habe, ist, wie ist denn die Art des Wahlkampfes? Ist das eher so eine, ich mache den anderen schlecht oder ich gucke mal, was ich alles mache? Das kann ich sehr schwer beurteilen, aber das, was wir so mitgekriegt haben über den Teich, war ja sehr viel Schlammschlacht. Also wirklich extrem viel Schlammschlacht aus meiner Sicht und trotzdem aber auch Themen. Also natürlich hat Trump für seine Mauer Wahlkampf gemacht und hat auf der anderen Seite auch gegen Clinton gewettert und umgekehrt auch. Also definitiv ist das ein anderer Wahlkampf als bei uns, aber ich denke schon, dass er beide Seiten hat. Ja, dann gab es noch Epstein und Robertson, die warnen vor dem Suchmaschinenmanipulationseffekt. Die haben auch ein Experiment gemacht und tatsächlich vor einer Wahl in Indien. Die haben indische Wähler in ein Labor gebeten und haben denen fingierte Suchmaschinenergebnisse zu den drei Kandidaten gegeben. Und die waren so präpariert, dass man entweder nur die guten Ergebnisse von Kandidat A ganz oben hatte oder nur die guten Ergebnisse von Kandidat B oder nur die von C. Die Leute wurden vorher gefragt, für wen sie wählen würden und danach gefragt. Und es ist ganz klar, dass das was mit jemandem macht, weil kaum einer von uns scrollt durch alle Suchmaschinenergebnisse bis ganz nach unten. Wenn man da die guten Sachen über einen anderen Kandidaten versteckt, dann macht das was mit uns. Er hat in ihrer Studie, die sehr, sehr hochklassig veröffentlicht wurde, das war Proceedings of the National Academy of the Sciences, das ist die drittbeste Zeitschrift in den Naturwissenschaften, haben sie gezeigt, dass 20 Prozent oder gar bis zu 80 Prozent der unentschiedenen Wähler durch diese manipulierte Reihenfolge umgedreht werden könnten. Leider war das mathematisch fehlerhaft, denn was sie da gemacht haben, ist, dass sie die Effekte addiert haben. Also wir können vier Prozent der Leute zu Kandidat A umdrehen und sechs zu B und vier zu C macht 14 Prozent. Also ich meine, wenn Google gleichzeitig versucht, in drei Richtungen zu manipulieren, mag das richtig sein, aber ansonsten ist es Unsinn. Dann haben sie noch einen zweiten Trick verwendet, nämlich, dass sie gesagt haben, oh, manche Kandidaten waren für Kandidat A, dann haben sie die manipulierte Reihenfolge für Kandidat A bekommen und danach wählen sie B. Also ein paradoxer Effekt, dass der Kandidat, den man eigentlich wählen wollte und der eigentlich gut dargestellt wird, dass man den danach nicht wählt. Und dann steht in dem Text drin, ja, aber Google wäre ja so schlau, das schon vorher zu wissen, ob die Person jetzt paradox oder richtig rum reagiert und deswegen nehmen wir die aus den Daten raus. Und dann kommt man auf 20 Prozent. Hat noch jemand eine Idee, wie man dann auf 80 Prozent kommt? Ganz normaler Trick, macht man gerne. Man nimmt sehr, sehr viele Variablen über die Person. Du weißt, wie alt die sind, wie viel Geld die haben, ob die religiös sind oder nicht. Man nimmt so 20 Variablen und dann sucht man so lange nach einer kleinen Gruppe, bis man eine gefunden hat, wo 80 Prozent der Leute umgedreht werden. Ob die Studie Trolle angezogen hat oder betrachtet hat. Also Wahltrolle, ich weiß es nicht, keine Ahnung, nein, glaube ich, ganz ehrlich gesagt nicht. Das waren repräsentative Samples der Bevölkerung. Auf jeden Fall haben sie das gesagt, dass sie repräsentativ gezogen haben. Nee, ich glaube nicht. Also ich meine, das macht kein Forscher, dass er vorher sagt, worum es geht in der Studie. Also vielleicht keine Trolle, man weiß es nie. Also die bis zu 80 Prozent kommen aus einem sogenannten Multiple Testing. Das ist statistisch etwas, was man nicht machen darf. Und der Unterschied ist das Folgende. Wenn man sagt, irgendjemand wird am nächsten Samstag den Lotto-Jackpot gewinnen, die Wahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, bei 70, 80 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn nächsten Samstag gewinnst, tut mir leid, ist nicht so groß. Und das ist der Unterschied, wenn man nach einer bestimmten Gruppe sucht. Und die gibt es halt statistisch immer, dass eine sehr weit ausschlägt vom Mittelwert. Und dann sagt, ja gucke mal, wir haben jetzt ja eine bis zu 80 Prozent umgedreht. Wenn man das also korrigiert, dann zeigen die Daten nicht einen 20-prozentigen Effekt, sondern nur ungefähr zwei bis vier Prozent. Das wäre aber spektakulär genug gewesen, ganz ehrlich gesagt. Denn ihr wisst, wie knapp die Wahlen überall ausgegangen sind in den Bundesstaaten. Also insofern, zwei bis vier Prozent ist immer noch ein wichtiger Unterschied. Es ist nur schade, dass sie ihn so aufgeblasen haben über Tricks, die nicht valide sind. Macht das was in Deutschland? In den USA kann das immer noch wahlentscheidend sein, in Deutschland eher nicht. Ich habe mich mit den zwei so ein bisschen getwittert. Sie haben auf jeden Fall an der Kritik nichts auszusetzen gehabt, sagen aber beide nochmal, Und naja, was die beiden hier wiederentdecken, ist Propaganda. Natürlich wirkt Propaganda auf uns. Wenn jemand uns ganz gezielt immer wieder gute Nachrichten über einen Kandidaten zuspielt und schlechte über einen anderen, hat das einen Effekt. Das ist gar keine Frage. Also insofern gucken wir mal, wie die weiteren Studien ausgehen. Das stimmt. Ja, also die Bemerkung war, dass das natürlich schon dann einen Effekt haben könnte, wenn jetzt Leute über die 5%-Hürde gehievt werden würden. Wir kommen zu dem Punkt nochmal zurück. Ich verspreche es, kommt gleich. Facebook war auch in der Kritik, dass es Filterblasen und Echokammern erzeuge. Die Situation da ist unheimlich schwer wissenschaftlich zu beantworten. Es gibt eine Studie von deutschen Wissenschaftlern Hagen, Inderau und Wieland. Die haben Leute gefragt, wie steht ihr zu der Aussage von Merkel, ja, wir schaffen das. Auf so einer Skala von 1 bis 7. Und dann war die Frage, wie radikal sind die Leute? Und da gab es tatsächlich einen Effekt, nämlich bei Personen ohne Abitur, je mehr die auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, desto stärker ist die Polarisierung. Aber wohl auch durchaus in beide Richtungen. Aber das ist schon so eine interessante Studie. Glücklicherweise zeigt eine andere Studie, dass wir Deutschen eben nicht nur auf Facebook unterwegs sind. Ja, wir, gut, ne? Aber gut, mal eine andere Frage. Wer von euch hat noch eine Tageszeitung abonniert? Na, auch nicht mehr so viele, ne? Ja, also, trotzdem. Hans-Bredow-Institut sagt, wir gucken alle noch Fernsehen, wir hören vor allen Dingen ziemlich viel Radio. Wir sind auf verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs und manche von uns lesen auch nochmal eine Zeitung. Und insofern brauchen wir uns nicht so viele Sorgen zu machen. Eine Sache, die nicht genannt wurde, die ich eigentlich ziemlich kritisch finde, sind die sogenannten Wahlbuttons. Die gibt es auch durchaus manchmal in Deutschland. Ich weiß aber nicht, ob sie noch flächendeckend eingesetzt werden. Bei uns in der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz war auf Facebook bei manchen ein solcher Wahlbutton zu sehen. Ich bin Wähler, sag deinen Freunden, dass du wählen gehst. Weitere Informationen gibt es hier. Es gab eine Studie von Facebook-eigenen Leuten oder sie war von Facebook finanziert. Auf jeden Fall gab es da eine Verbindung. Die sagen, es gab einen Effekt von diesen Wahlbuttons in Amerika, nämlich ungefähr 60.000 mehr Wahlstimmen. Die haben das aber als Experiment gemacht. Das heißt, sie haben das eben in manchen Wahlkreisen nicht gemacht und in anderen ja. Und sie sagen, dass sie da 60.000 mehr Wähler aktivieren konnten, zur Wahl zu gehen. Das ist technisch für uns zum Beispiel im Moment überhaupt nicht nachvollziehbar, ob dieser Wahlbutton gleichmäßig ausgerollt wird. Weil es ist tatsächlich relativ einfach rauszukriegen, ob jetzt jemand Republikaner oder Demokrat ist. Und es wäre relativ einfach, nur der einen Hälfte der Bevölkerung diesen Wahlbutton zu geben. Ich persönlich glaube das nicht, aber ich bin ja Wissenschaftler. Ich muss nicht glauben, ich würde es gerne messen können. Und das ist im Moment nicht möglich und ich glaube, dass wir das brauchen. Also, das war der Faktencheck. Manipulieren uns Algorithmen bei der Bundestagswahl? Also, meine persönliche Meinung ist, dass das technisch möglich ist. Dass wir natürlich eine Infrastruktur da sehen, die teilweise nahezu monopolistisch genutzt wird. Es gibt also nicht wie bei den Tageszeitungen sehr viele davon. Und dass natürlich diese Infrastruktur jederzeit zur Manipulation eingesetzt werden könnte. Aber, und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Das ist ja wie bei einem Krimi. Erstens sollte es Indizien geben, so DNA-Spuren oder so. Ja, irgendwas, dass das wirklich so ist. Und man braucht nicht nur Möglichkeit und Gelegenheit, man braucht auch ein sinnvolles Motiv. Und das ist sehr wenig diskutiert worden in diesen amerikanischen Studien. Was wäre das Motiv, von Facebook oder Google in solche Wahlen einzugreifen? Das würde mich wirklich interessieren, wenn da jemand einen plausiblen Plot hat. Denn aus meiner Sicht wären die Kosten durch ein Leak ganz enorm. Stellt euch vor, irgendein Mitarbeiter kann beweisen, da wurde manipuliert in die eine oder andere Richtung. Dann verliert man die Wähler der anderen Partei. Und in Amerika sind das eben ungefähr 50 Prozent. Und man verliert noch ein paar Leute, die das einfach scheiße finden. Ich kann mir das nicht persönlich nicht vorstellen. Mein persönliches Fazit ist, dass das momentan unwahrscheinlich ist. Weil das aber möglich ist, finde ich es wichtig, dass wir da eine stetige Überwachung haben. Und auch mit einem repräsentativen Sample. Und dafür habe ich das weltweit erste Projekt ins Leben gerufen, wo wir mal versuchen, wie aufwendig wäre das denn? Kriegen wir das hin? Können wir Teile von diesen Fragen rauskriegen? Und wenn ja, wie aufwendig ist das? Und das ist das Datenspendeprojekt, was ich zusammen mit meiner, mit der von mir mitgegründeten Gruppe Algorithm Watch mache. Was ist Algorithm Watch? Wir sind vier Leute. Wir haben eine Rechtsphilosophin an Bord, die sich darum kümmert, wann muss etwas reguliert werden? Wann muss es per Gesetz gemacht werden? Wann gibt es andere Methoden, um etwas durchzusetzen, was wir für richtig halten? Dann haben wir einen Datenjournalisten. Der Name der Rechtsphilosophin ist Lorena Jaume-Palassi. Lorenz Mazat ist Datenjournalist, kümmert sich schon seit mehreren Jahren darum, Daten besser verstehbar zu machen für Journalisten und damit auch für die Öffentlichkeit. Matthias Spielkamp hat eine Firma gegründet, die heißt iRights. Der war sehr früh schon unterwegs mit diesen ganzen Urheberrechtsfragen, die sich gestellt haben durch das Internet. Und ich. Und warum? Naja, diese algorithmischen Systeme, wie ich sie euch vorgestellt habe, die können nicht nur personalisieren. Mich persönlich interessiert in der Forschung zum Beispiel gerade die algorithmischen Entscheidungssysteme, die junge Kriminelle beurteilen sollen, ob sie wieder rückfällig werden. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass wenn die Datenlage nicht sehr sauber ist und wenn es da keine sehr guten Regeln gibt, nach denen man wirklich vorhersagen kann, ob jemand wieder kriminell wird oder nicht, dass eine Maschine dahin zu setzen für einen Richter, der selber keine mathematische Ausbildung hat und der sagt dann, Klasse 8, Hochrisiko, Krimineller, dann fragt der Richter vielleicht nicht mehr nach, ja, was heißt jetzt Hochrisiko? Ja, Hochrisiko heißt, dass der mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit wieder rückfällig wird. Ist das wirklich relevant? Ist 60 Prozent genug, um den jungen Mann jetzt für zwei Jahre mehr zu verknacken? Daran arbeiten wir gerade. Das heißt, die Mission von Algorithm Watch ist auf der einen Seite aufzuklären, dass wir nicht den Hype in die eine Richtung haben, alles ist böse und alles ist gut und viel besser als Menschen das je machen könnten. Wir wollen die Community vernetzen, deswegen bin ich froh, heute hier zu sein. Wir wollen selber watchen, das heißt, wir haben auch einige Algorithmen schon gewatched und wir wollen dafür sorgen, dass es eine vernünftige Art der Begleitung gibt, um diese Algorithmen und algorithmischen Systeme zu bauen. Und das Datenspendeprojekt ist ein Weg dazu. Was machen wir? Wir haben dieses kleine Plugin gebaut, das sich inzwischen bestimmt alle runtergeladen haben. Ihr seid jetzt alle Datenspende. Ihr findet es auf algorithmwatch.datenspende. Es macht 16 Suchanfragen auf Google und Google News automatisch alle vier Stunden, wenn der Browser an ist und Google-Anfragen sehen inzwischen sehr lustig aus. Es gibt diesen rechten Kasten, den nehmen wir nicht mit. Dann gibt es hier diese Schlagzeilen oder Top-Stories, die nehmen wir mit und die organischen Suchresultate hier, die nehmen wir auch mit. Zudem bauen wir so einen ganz, ganz ungefähren Standort und merken uns den Status, ob jemand eingeloggt ist als Google-Nutzer oder nicht. Also die Frage ist, könnte nicht Google das merken? Ich liebe Verschwörungstheoretiker. Ist mir eigentlich wurscht, weil wenn das rauskommt, was ich euch gleich sage, weil wir sie beobachten, dann beobachten wir sie halt, glaube ich aber nicht. Also ich halte es nicht für wahrscheinlich. Ja, sie könnten das sicherlich rauskriegen. Es ist aber so, dass wir Leute, die gerade nicht im Browser sind, wenn wir suchen, die machen das danach. Also sie kommen von der Mittagspause wieder und waren um zwölf Uhr nicht dran. Dann machen wir das um 13.15 Uhr. Das heißt, wir haben auch an anderen Zeitpunkten gesucht und das sieht auch nicht anders aus. Und wie gesagt, selbst wenn das so wäre, aber der Teil davor hat schon gesagt, wir sehen keine Anzeichen dafür und es gibt eigentlich auch kein Motiv. Selbst wenn das so wäre, wäre es ja auch prima, spricht halt dafür, das länger zu machen. Sag nochmal. Wir haben diese Information im Moment tatsächlich. Das ist einfach eine Nummer. Jedes Plugin hat eine Nummer, die kriegen wir mit. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können, weil das ein ziemlich langer Zeitraum ist und aus datenschutzrechtlichen Gründen wollen wir wirklich vermeiden, dass man irgendwas zurückrechnen kann. Eine Sache, die man nämlich zum Beispiel zurückrechnen kann, neben dieser sehr ungefähren Standortgeschichte ist, dass beim Suchen nach Parteien man immer wieder seinen Parteiortsvorstand bekommt. Und das heißt also, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Ja, wir haben diese Information, aber ansonsten sammeln wir, und auch das ist keine personenrückführbare Information. Die Fragen, die wir beantworten wollen mit dem Projekt, ist, wie stark ist das Ausmaß der Personalisierung bei wichtigen Suchanfragen zur Bundestagswahl 2017? Wie gesagt, wir fragen neun Spitzenpolitiker ab, das sind die jeweiligen Parteivorsitzenden von den Parteien, von denen wir denken, sie könnten in den Bundestag kommen. Und ähnlich zu dieser Diakopoulos-Trielli- und Musenten-Studie fragen wir, wie gut sind die Personen und Parteien darin, ihre eigenen Inhalte auf die erste Suchergebnisseite zu drücken. Denn das ist ja eigentlich, hat was mit Professionalität zu tun. Hier seht ihr mal, von wo die Nutzer sind. Wir sind ganz stolz darauf, dass sich das ganz gut verteilt über Deutschland. Im Osten ist es ein bisschen wenig, hier in der Rhein-Main-Schiene ist es ziemlich viel. Das sind so viele Daten, dass wir bisher nur einzelne Zeitpunkte untersucht haben, nämlich einmal den 13.07. und die Zeit vom 20.07. bis zum 31.07. Die Daten sind auch messier, als wir uns das vorher gedacht haben, wie das immer so ist, wenn man ein Data-Science-Projekt macht. Denkt man, alles ist schön. Nein, das ist nicht alles schön. Deswegen haben wir die News noch nicht angefasst. Es gibt sinnvolle Datenpunkte. Es gibt gar nicht so viele Leute, die nachts um vier googeln. Mussten wir, haben wir, ja. Aber so um 12.00 Uhr, 16.00 Uhr und 20.00 Uhr ist es ganz gut. Da sind es so circa 300 bis 600 Suchen. Es gibt ein paar Probleme mit den Daten. Also wenn sich einer oder eine von euch intensiv mit den Daten beschäftigt, ruft uns an, sagt uns Bescheid, weil natürlich sind irgendwie komische Dinge passiert. Es gab eine Version des Plugins, die suchte auf Google.com, nicht auf Google.de. Diese ergeben dann englischsprachige Suchergebnisse. Deswegen machen wir uns im Moment so ein Teildaten-Set, wo wir ganz sicher sind, dass es dann wirklich deutschsprachige Ergebnisse sind. Denn sonst kriegt man sowas. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen. Das hier waren die FDP-Anfragen und die gehen hier über in die AfD-Anfragen. Und dann sieht man hier sowas wie Breaking Down, Fresh Del Monte Produce Inc. Stock dropped below support. Also irgendeine Börsennachricht für eine amerikanische Firma, die abgekürzt eben auch FDP heißt. Fresh Del Monte Produce. Oder hier, die AfD hatte Open-Job-Positioning und da habe ich schon gedacht, oh, jetzt haben wir was gefunden. Warum werden vier Leuten in Deutschland die freien Jobs bei der AfD angeboten? Nee, es war das Amarillo Fire Department. Wild Fire in Basel und so. Also insofern, die Daten sind halt so, wie Daten sind. Wenn ihr sie benutzen wollt, ruft uns gerne an und dann sagen wir euch, wie wir mit ihnen umgegangen sind. Wenn man sie sich dann per Hand anguckt, sind sie echt erstaunlich ähnlich. Also das hier ist jetzt eine Suchanfrage zum Thema, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, AfD. Wo ich das selbe Suchergebnis in derselben Farbe koloriert habe und dann sieht man, wie ähnlich sich die Suchergebnisse sind. Und es gibt so einen kleinen Haufen, der manchmal auftaucht, aber auch nicht immer und auch nicht immer für dieselben Suchbegriffe, sondern mal so, mal so. Die dann ganz anders sind. Wer hat jetzt nur zwei Sachen, die mit den anderen übereinstimmen. Wer hat auch ein paar Englische mit drin, aber auch ziemlich viele Deutsche. Die hatten jeweils drei Top-Stories. Der hier hatte keine Top-Stories. Und wir verstehen nicht so ganz, was da passiert, weil dafür sind es einfach zu viele Daten, um da mal richtig reinzugucken. Das muss man aber jetzt auch quantifizieren, weil wir können jetzt ja nicht immer per Hand diese Dinger kolorieren. Das sieht zwar toll aus, aber das hilft ja nichts. Und da habe ich als allererstes gedacht, so als Informatiker, dann schlägt man so ein Buch auf und sagt, ja, wie beschreibt man denn am besten, wie zwei Sets, wie zwei Mengen ähnlich sind zueinander. Und dann kommt der Jacquard-Koeffizient raus. Der Jacquard-Koeffizient ist definiert als die Anzahl der gemeinsamen Einträge, hier in grau, geteilt durch die Anzahl aller Einträge, die mindestens einer von den beiden gesehen hat. Warum ist das sinnvoll? Naja, wir haben Leute, die kriegen Top-Stories und wir haben Leute, die kriegen keine Top-Stories. Das heißt, der eine kriegt zwölf Suchergebnisse meistens und der andere kriegt zehn. Und das ist halt nicht dieselbe Menge. Deswegen geht man dann als Informatiker ran und sagt, okay, das sind Mengen mit unterschiedlichen Kardinalitäten, was tue ich jetzt? Jacquard-Koeffizient ist dann eigentlich die Wahl. Das haben wir auch zuerst gemacht. Dann kommen dabei solche Ergebnisse raus. Der durchschnittliche paarweise Jacquard-Koeffizient liegt bei Alexander Gauland bei fast 0,8, 0,7, 0,7. Und dann denkt man so, ja, ist ja ganz schön ähnlich. Bei den Parteien hier unten war das so zwischen 50 und 40 Prozent. Der Jacquard-Koeffizient ist aber ganz ehrlich gesagt Mist, weil der so schwer zu interpretieren ist. Einer von, wenn wir jeweils zehn Ergebnisse haben und davon sind neun gemeinsam, dann heißt das, dass das 18 von 21 sind. Und dann geht das schon mal ziemlich weit weg von dem gefühlten 90 Prozent. Eigentlich sind es neun von zehn, 90 Prozent, aber der Jacquard-Koeffizient ist irgendwo bei 84. Und der sinkt sehr, sehr schnell, weil für jeden, den man nicht gemeinsam hat, sind halt zwei da, die man getrennt hat voneinander. Also das war Mist. Deswegen habe ich das aber auch mitgebracht, weil ich glaube, das ist eben auch Data Science, dass man so die Lehrbücher rauszieht und sagt, was ist jetzt das klassische Ergebnis und das dann eben nicht immer das klassische Ergebnis ist. Wir sind dann übergangen zu dem extrem simplen Maß, dass wir einfach gezählt haben, wie viel haben sie denn jetzt wirklich gemeinsam und haben das aufaddiert. Hier seht ihr die verschiedenen Datenpunkte von zehn Arbeitstagen. Die gelbe Linie sagt, wie viele organische Suchergebnisse wir haben bei Sarah Wagenknecht, also für eine ganze Weile neun Suchergebnisse und dann zehn. Und hier unten die Linien sagen, wie viele davon im Durchschnitt gemeinsam waren. Und ihr seht, dass der Unterschied manchmal zwischen neun und 7,5 ist, also bei anderthalb, aber ganz oft auch kleiner. Und dasselbe bei Katrin Göring-Eckardt. Den Rest der Daten darf ich euch nicht zeigen, weil wir den Zwischenbericht in einer Woche veröffentlichen auf unserem Blog. Aber das sieht insgesamt sehr, sehr ähnlich aus. Das heißt, was wir hier sehen ist, dass zu den meisten Zeitpunkten zwei Personen in unserem Datenset im Wesentlichen dieselbe Information bekommen über die Politiker. Ich will euch damit Mut machen, keine Angst zu haben vor simplen Maßen. Manchmal neigen wir dazu, ein bisschen zu kompliziert zu denken. Das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass nicht viel Raum für Personalisierung ist. Denn wenn wir im Wesentlichen dasselbe sehen, dann bleiben ein oder zwei Links übrig, wo sich jetzt was anderes verstecken kann. Bei den Parteien war es ein bisschen anders. Die haben paarweise weniger geteilte Links. Aber wenn man sich die anguckt, die nicht geteilt werden, dann verweisen die meisten davon auf regionale Webseiten. Das sieht dann also so aus. CDU Baden-Baden, CDU Bad Godesberg, Bad Honnef und so weiter. Die haben ganz schön viele Ortsvereine. 13.000 oder so. Wusste ich vorher gar nicht. Also, schmeißt euch bitte in die Daten. Wir können da noch jede Menge Hilfe gebrauchen. Aber auch hier, wir haben im Wesentlichen gezeigt, dass auch diese Filterblasen-Idee für Suchmaschinen kaum Platz dafür ist. Wenn ich acht gemeinsame Links bekomme und einer ist anders, dann spricht das eigentlich nicht für eine Filterblase auf Suchmaschinen. Gucken wir uns aber jetzt mal an, nachdem wir von den Firmen weggehen können, bei denen ich als Person jetzt wirklich keine Anzeichen für irgendeine Art von Manipulation oder Fahrlässigkeit im Moment da an dieser Stelle sehen kann, mit diesen Suchbegriffen. Gucken wir doch mal an, was andere so mit den Algorithmen anstellen. Denn im Wahlkampf bei den Amerikanern gab es jetzt ja weitere Verdächtigte. Und ich weiß nicht, ob da schon mal jemand Urlaub gemacht hat. Kennt jemand die Flagge? Das war... BuzzFeed schrieb, dass ein deutlicher Anteil der Nachrichten auf hyperkonservativen Webseiten falsch oder eine Mischung aus falschen und korrekten Nachrichten ist. Die haben sich also Mühe gegeben, das zu quantifizieren. Ich habe hier immer jeweils den Link, da könnt ihr es nachlesen. Und ein Teil dieser Hyperpartisan-Webseiten stammte aus Mazedonien. Ich habe lange gezögert, ob ich das mit aufnehme auf die Folien, weil die Geschichte zu merkwürdig klingt, aber mehrere unabhängige Journalisten berichten darüber. Also die meisten Texte auf diesen Seiten sind zusammengeschrieben oder einfach abgeschrieben von rechtslastigen Webseiten der USA. Die Mazedonier sahen irgendwo eine Story, versetzten sie mit einer aufgeheizten Überschrift und veröffentlichten es dann schnell auf ihrer Webseite. Dann teilen sie die Nachricht auf Facebook und veranlassen damit Leute, auf ihre Seite zu kommen. Je mehr Leute sich verführen lassen, desto mehr Geld verdienen sie durch Werbung auf ihrer Webseite. Es gibt Blogs, die sagen, so viel Geld kann man damit gar nicht verdienen, dass sich das lohnt. Aber wie gesagt, mehrere Journalistenteams waren unabhängig voneinander unten, haben mit den Leuten gesprochen. Die Lage ist ein bisschen unklar. Ich kann mir das durchaus vorstellen, aber wenn da mal jemand wirklich recherchieren könnte, wie viel Geld man damit machen kann, wie viel Traffic man braucht und ob das realistisch ist, das fände ich, ist eine Lücke, die fehlt. Die Geschichte klingt aber auf jeden Fall so, als könnte das funktionieren und als würden hier eigentlich sinnvolle Algorithmen sich ziemlich schlecht ergänzen. Es ist klar, als Menschen sprechen wir mehr auf Emotionales an, als auf Faktisches. Suchmaschinen und Newsfeeds und andere Empfehlungssysteme servieren uns, was wir eh schon mögen. Und Werbeanzeigen werden fast unabhängig davon verkauft, wer auf diesen Webseiten sich tummelt. Und das ist anders als früher mit den Magazinen. Wenn man eine Frau über 40 haben wollte, dann hat man eben in der Brigitte eine Anzeige geschaltet und dann wusste man ganz schön viel über die Menschen. Auf Breitbart oder auf anderen Seiten, da kann halt wirklich jeder drauf sein und es interessiert die Werbetreibenden nicht mehr, weil das jetzt über Intermediäre vermittelt wird. Und ich denke, dass das nicht so gut ist, weil wir da diesen Qualitätsanspruch, diesen Feedback nicht mehr haben. Das Rezept ist dann, möglichst emotionale und gerne falsche Inhalte, die möglichst viel Traffic erzeugen, anzubieten und damit eben Geld zu machen. Ein weiterer Punkt, über den jetzt viel diskutiert wird, sind die sogenannten Social Bots. Das sind Algorithmen, die auf Interaktionen mit Nachrichten reagieren können, so als ob sie Menschen wären. Eine Interaktion mit einer Nachricht erhöht das Ranking der Nachricht. Inzwischen sind die aber auch so schlau, auf Menschen zu antworten. Und wer sich im Moment auf Facebook oder Twitter tummelt, der wundert sich wirklich, wie schnell Diskussionen umkippen in eine bestimmte Richtung und da werden ziemlich viele Bots unterwegs sein im Moment. Sie manipulieren damit die Algorithmen, sie manipulieren auch uns, weil man das Gefühl hat, alle hier in der Diskussion sind dieser Meinung. Aber wenn das natürlich sieben oder acht Bots sind, die gar nicht unabhängig voneinander diese Meinung haben, sondern die Meinung von einem einzigen Designer darstellen, dann ist das eben nicht so. Naja, und das kann auch aus anderen Ländern heraus passieren. Ich bin kein Politikwissenschaftler, ich werde keine Länder nennen, aber es muss einem klar sein, dass es hier nicht nur um nationale Interessen geht. Ich glaube, dass man einen Teil dieser Problematik austrocknen könnte. Dieses, ich zahle für eine Werbung und weiß gar nicht, wer das nachher sieht. Denn es werden ja Seiten finanziert, die viele Klicks haben, aber sich nicht unbedingt durch Qualität auszeichnen. Und deswegen brauchen wir hier einen neuen Anreiz. Zum Beispiel wäre es wichtig, dass den Werbetreibenden bewusst gemacht wird, wer eigentlich durch Werbung finanziert wird. Da gab es eine Aktion, die aber inzwischen auch schon wieder eingestellt ist. Und da müsste man sich mal überlegen, was ein gutes Konzept wäre. Es gibt auch Berichte, dass sich zum Beispiel Extremisten über durch Google und YouTube vermittelte Werbung teilweise finanzieren. Und auch da beginnt sich erster Protest zu bilden, insbesondere in Großbritannien. Auf der anderen Seite wollen wir halt auch nicht Firmen zu Zensurbehörden machen. Also ich glaube, dass wir hier ein gesamtgesellschaftliches Konzept brauchen, um das in den Griff zu kriegen. Naja, und wer manipuliert noch? Nicht zuletzt sind es natürlich die Parteien selbst. Search Engine Optimization gehört zur Kunst des Parteimarketings, ist als solches aus meiner Sicht auch nicht zu verurteilen. Und zum ersten Mal reden wir über feingranulare, personalisierte Werbung. Es gab Artikel, dass es so Micro-Targeting gibt, das uns aushorcht auf Facebook, welcher Natur wir sind, extrovertiert, introvertiert. Und dann ganz gezielt Werbeinhalte macht. Es gibt aber keine unabhängige Studie, ob das wirklich funktioniert. Cambridge Analytica ist eine Firma, die ihre Dienste Parteien anbietet. Und die Frage ist, ob die das wirklich so gut können. Micro-Targeting an sich scheint aber Standard zu werden. Und im Moment ist halt die Frage, ob es sogenannte Dark Ads gibt, die uns ganz persönlich angreifen. Dazu gibt es ein cooles anderes Projekt, die Initiative Politik Ads. Ich hoffe, ich habe es richtig abgeschrieben. Von Adrienne Fichter und Martin Fuchs. Wenn ihr also politische Anzeigen seht auf Facebook, bitte einen Screenshot machen und möglichst auch noch dieses Ding hier anklicken, warum sehe ich diese Werbung, und mit auf den Screenshot legen, weil alle gerne wissen würden, wie das passiert. Wir brauchen eure Hilfe. Wir haben jetzt diese Riesenmasse an Daten. Wir brauchen sowohl Leute, die qualitativ Lust haben, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, die hinter den Links stehen. Wir brauchen einfach Data Nerds, die Lust haben, sich durch diesen enormen Haufen an Daten durchzuwühlen. Da ist unheimlich viel drin. Ich bin Professorin, ich kann auch eine Bachelorarbeit oder so gerne mitbetreuen, falls das ein Anreiz ist für irgendjemanden oder Masterarbeiten oder so. Also es gibt da ganz, ganz viel zu tun. Nur ein paar Fragen. Warum wird ein Artikel von queer.de bei der Frage nach Gauland gezeigt? Was genau macht der Blog Philosophia Perennis? Wie viele Sputnik-Einträge gibt es? Oder, oder, oder. Wir sind gespannt, was euch alles einfällt. Und jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es einen Mechanismus, der verhindert, dass dieses Plug-in nur in gewissen Blasen installiert wird oder um das zumindest rauszurechnen? Also, dass du irgendwie für dieses Plug-in nur Werbung in der Hacker-Szene oder wo immer Werbung machst? Ja, also wir haben auf jeden Fall kein repräsentatives Sample im Moment. Wir haben das vor allen Dingen über Spiegel Online beworben und über verschiedene Kanäle, die wir halt so haben. Ganz bestimmt haben wir im Moment kein repräsentatives Sample. Was wir also zeigen wollen mit diesem Projekt, ist, dass das eben geht. Dass Menschen bereit sind, uns Daten zu spenden, dass man auch gar nicht so ultra viele braucht, um ein bisschen was sehen zu können. Und deswegen hoffen wir, dass das ein Projekt sein könnte, das verstetigt wird. Genauso macht man das übrigens heute mit den Einschaltquoten. Das sind tausend Leute, die zu Hause so ein Kästchen haben. Und wenn die Fernsehen gucken, dann weiß man, was die Nation guckt. Und so etwas Ähnliches stellen wir uns hier auch vor, dass es dann ein repräsentatives Sample an Bundesbürgern gibt. Und wo man dann natürlich auch beliebige Suchanfragen jederzeit reinbringen kann. Okay, danke. Ich wiederhole sonst auch. Ich wiederhole die Frage auch. Okay, ich habe zwei Fragen. Einmal, weil ich eine äußerst konservative Webseite, die diese Bank ist, so ein Tag oder irgendwas nach einem Bank ist, dann hat man mal geschaut, wer da Werbung macht, möglicherweise auch das von der Lugendung, von der Vorderung, also ob ich die Seite von dem Westen, von dem Staat aus, dann abrufe, der am Schwank ist zwischen der Publikaner-Demokraten oder ob ich irgendein Staat mit Musikleistung ausfragen. Genau, also die Frage war, ob die Parteiwerbung da besonders viel geschaltet wird, wo wir so Wechselstaaten haben. Und also ich kenne keine Studie, die das gemacht hat im Internet, aber wir wissen, dass die Wechselwähler immer das Target sind von Politik. Und insbesondere beim Hausbesuch war es ganz, ganz klar, dass man da die Leute rausgesucht hat, die Wechselwähler sind, weil die, die man schon in der Tasche hat, die brauchst du keine Zeit verschwenden. Und die, die ganz fest im anderen Lager sind, da brauchst du auch keine Zeit verschwenden. Also da dreht es sich immer nur um die Leute, die man vielleicht kriegt. Das war die erste Frage. Denn die Frage, ob Sie die Fake-News-Seiten damit finanziert haben, das weiß ich nicht, ob das jemand untersucht hat. Ja. Ja, also die Frage war, wie kann man das denn jetzt als Firma gut verhindern? Und einige, also es gibt natürlich Blacklisting, also man kann einfach sagen, auf den Seiten will ich nicht. Es gibt auch Blacklists von Google und von Facebook, wo die sagen, da schalten wir grundsätzlich keine Werbung, weil die sich zum Beispiel nicht mit den Inhalten, nicht mit unseren AGBs vertragen. Es ist so, wenn jetzt eine Firma sagt, so wie du es vorgeschlagen hast, ich mache nur noch Werbung auf den obersten Tausend, das wäre ein Verlust für uns alle, weil dann die ganzen kleinen unabhängigen Blogs, die ja durchaus sehr viel beitragen zu einer schönen Internetkultur, nicht mehr finanziert werden. Also das ist definitiv eine Lösung, wie Firmen das machen können. Ich hoffe, dass uns eine bessere Lösung einfällt, denn es wäre schade, um die vielen kleinen Blogs und die vielen kleinen Ideen im Internet, die durch Werbung finanziert werden und die das gut gebrauchen können. Aber deswegen müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen kreativer werden und gucken, wie wir das lösen können. Das schließt ein bisschen an die Frage an, wie repräsentativ dieses Sample ist. Wenn ich spätestens, wenn ich auf Spiegel Online den Artikel über dieses Add-on gelesen hätte, hätte ich mir, glaube ich, im gleichen Zug den Privacy Badger installiert. Also ich benutze auch bewusst gar kein Google. Wenn ich mir das jetzt installiere, dann hilft das im Zweifelsfall gar nicht. Kann man aus dem Datensatz vielleicht etwas besser ausrechnen oder rausfiltern, wer überhaupt wirklich personalisierte Suchergebnisse hat und wer eigentlich sehr wenig? Und kriegt man in dem Unter-Sample vielleicht eine deutlich höhere Effektstärke? Genau, also das haben wir gemacht, weil das ist ja eigentlich ganz klar. Wir gehen davon aus, dass Leute, die eingeloggt sind bei Google, dass die personalisierter sein sollten. Da ist er. Hier ist eine zweite Linie drunter, die man wirklich kaum sieht. Wir haben hier tatsächlich einmal aufgesplittet nach Login-Status und Nicht-Login-Status und der Effekt ist nahezu null. Also es gibt bei den beiden jetzt nicht, aber es gibt bei anderen Politikern und anderen Parteien tatsächlich, wenn sich die beiden Kurven unterscheiden, dann ist es immer so, dass die eingeloggten User sich etwas weniger ähnlich sind paarweise, dass die also stärker personalisiert sind, aber der Unterschied ist gering. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.